Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Seven Days To Die In der Alva 10.4 Ähm, wie sieht's aus? Haben wir volle Taschen? Natürlich haben wir volle Taschen. Wie soll's auch anders sein? Ähm... Wann ist das Spiel? Nein, das kommt in die andere Box. Ähm... Das können wir noch hier reinmachen. Bücher sind die Angel Drams. Sticks können wir da halten. Metal Door. Die wollen dich einbauen. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, wollte ich die irgendwo einbauen. Ähm... Pickpacks... Blablabla... Da sind nur 3 Baare drin, okay. So, das kommt hier hin. Das können wir auch hier hin machen. Ähm... Wie war vorhin das? Kann ich hier hin? Ne halt, die kommen nicht hier hin. Die brauchen wir einfach hier hin. So. Ähm... Zwei Pickpacks brauchen wir nicht. Zwei Pickpacks auch nicht. Ähm... Das geht's gut. Wir gehen nochmal blündern hier. Einfach weil wir's können. Dann 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 dann... Also wir haben echt viel Glück, wo wir grad momentan sind. Nur die Frage ist... Wie lange haben wir das Glück? Ich werd schon wieder angeschwimmen von irgendwo. Und er schreit mich an. Ab da, du Auerbach gekommen. Na komm. Ich bin wohl fast gelaufen grad. So. Wir gehen mal weiter. Auf die Suche. Nach schönem Loot. Von toten Zombies. Böse Leute hier. So. Da waren wir bestimmt schon drin. Waren wir hier auch schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Hier ist zu. Komm her. Jemand da? Nein? Okay. Dann hat niemand was dagegen. So. Vielleicht findet man ja mal einen Bohrer oder sowas. Hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Boah. Also wirklich ewig. Große. Unglaublich. Und nix. Bullshit. Ja, okay. Na mal mit, ist egal. Ähm, da waren wir drin, gell? Ja, hier waren wir drin. Ist ja noch so ein Haus. Hier ist ein großes. Was ist das? Ich glaube nicht, ne? Geh mal einfach mal hier rein. Und warum klopfe ich da drauf, wenn das auf ist? Gläser können wir immer brauchen. Hallo, geh weg. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Du musst dich fallen. Oh, jetzt hab ich's doch aufgenommen. Wird nachher rausgeschmissen. Ne, genau. Oh, ne Sonnenbrille. Die nehmen wir mit. Haha. Wir sind echt gut ausgerüstet eigentlich. Also irgendwie. Tag zwei Grad mal. Es läuft momentan bei uns. Oh, ne das war nicht so intelligent. Und irgendeiner schreit hier schon. Ja, ja. Schreit mich an. Na, meinst du das jetzt? Na, was zu essen? Okay. In der Küche gab's mir tatsächlich was zu essen. Wir finden noch ne Beaker. Jetzt haben wir schon zwei davon. Hallo? Wo? Moment. Das muss ich erstmal regeln hier alles. Die ist nicht tot, ich glaub's nicht. Kollege Ruhe. Ey, das war doch ein Kopfschuss. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Einmal bitte messen. Was? Ach, hier ist zu. Okay. Niemand mehr darf ich jetzt in Ruhe das Haus kaputt machen und so. So. Dann soll ich aber wieder meine Axt um die Hand nehmen. so. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Jetzt müsste ich gehen. Stopp, noch ein Eis, ein Stück dran. Ja, da war doch noch eins dran. So. Och, Waffenschrank. Waffenschrank, Waffenschrank, Waffenschrank. Hier gibt's einen Waffenschrank. Es stimmt nix drin, was wir brauchen können, aber erst einmal ist es alles okay. Ja, doch, können wir alles, ne Mold draus machen. War ein schönes Haus, aber ich gehe jetzt doch noch ein bisschen Bäume schlagen und so hier. Ganz wichtig. Wir müssen auch noch auf Erkundungstool gehen und alles. Wenn ich jetzt mal so auf die Karte gucke, haben wir noch nicht so viel entdeckt, ne? Ach so, Moment, ich muss mal hier Steine hier noch kratzen. Ey. Dieses Gestöhne da von hinten, das mag ich. Wow. Fertig, ne? Das ist unglaublich. Oh. Das brauche ich für so eine Treipfeile, Leute. Das geht doch nicht. So, weg damit. So, wir müssen erst mal Sachen wegwerken, die wir nicht brauchen. Das können wir stacken. Und dieses Ding auch nicht. So, wir wollen ja eine eigene Basis bauen, sozusagen, ne? Wenn man erst mal Ostrow ist, und dann können wir sie ja immer noch bestärken. Die zweite Mauer drauf, wo wir mal schon ziehen oder so. Aber wir bleiben hier definitiv in der Nähe der Stadt. Die Loot-Container sind bei mir, glaube ich, nach sieben Tage, wäre die wieder gefüllt. Und deshalb bleiben wir da dran. So, aber trotzdem, ein bisschen jagen könnten wir auch noch. Gleich. Ja, vielleicht auch nicht das Schlechte, das Stern. Mal schauen. So. Ist da im Rucksack? Ah, wird doch richtig im Auto-Wiegel gesehen. Ja, gut. Weg damit. Weil sonst, äh, spawnt hier ja nichts mehr drin. Tiere, wo seid ihr? Hier, Schweine sind gut. Ach, ich eigentlich alles gut. Hauptsache, was ihr essen hier. Wirklich. Ist halt bestimmt seine Nase noch gestreift, oder? Was denkt ihr? So. So. Och, Mann. Ich bin zu schlecht darin. Oh, das ist ein Spider, oder? Ne, ist kein Spider. Sah nur so aus. So, wir haben jetzt keinen Platz mehr in der Tasche. Das ist natürlich blöd. Aber auch nicht so schlimm jetzt. So. Und genau diesen Schrei wollte ich eigentlich vermeiden. Noch jemand da? Ne. Okay. Ah ja. So. Da spawnt einfach einer. Das ist aber gemein, sowas. Ach, da ist eine Klippe, da ist da vielleicht ein Ding drin. Metall. Schauen wir doch mal. Da ist eine A da, da ist eine A da, Leute. Da ist eine A da. Und dann, nehmen wir das mal noch mal schnell hier hin. Und wir gehen schnell wieder ins Wasser, natürlich. Und nehmen hier ein bisschen was mit. Das ist Kohle. Kohle können wir auch brauchen. Nehmen wir mal Kohle mit erst mal. Ja, ja. Und hier kommt das Metall, okay. Also, wo wir Metall herkriegen, wissen wir jetzt auch. Äh, hallo. Oh, jetzt. Okay. Da sind noch kleine Wachs drin hier. Mit der Opa können wir da doch bauen, oder? Ach, du Scheiße. Das finde ich jetzt nicht so schön. Die will ich jetzt nicht hier auf mich aufmerksam machen. Alle Achtung. Geht mal alle schön leise weg. Wir sind ganz leise. Wir sind gar nicht da. Wir sind nicht da. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wenn ich da mal hochgehen hier. Okay, schnell weg. Puh. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass vor allem so eine Horde vor mir steht. Das fand ich jetzt nicht so schön. Muss ich ja sagen. Schnell nach Hause, Leute. Oh, und ab dafür. Wow. Das war jetzt ein bisschen creepy. Muss ich gestehen. Na, macht's gut so. Ist ja da lang. Wow. So. Okay. Auch mal Tür zu. Sicher ist sicher. So, dann können wir hier mal einschmelzen. Wo haben wir denn unsere... Ich habe gar nicht so viel gefunden. Das ist doch kacke. Also, dann gehen wir noch hier hin und so einen Beaker hier noch ablegen. Und so einen zweiten Beaker. So, Essen, wir sitzen auch. Das sieht echt nicht so gut aus, ne? Na ja, gut. Ähm, da haben wir noch einen Platz mal. Dann machen wir uns doch mal schnell eine dritte Kiste. Müllkiste sozusagen. So, dann gehen wir noch hier hin und dann hier ersparen. Ne, halt, jetzt kann man da drübe rein. So was hier. Und... Wenn ich richtig gucken würde, würde ich wahrscheinlich alles sehen. Wo das hinkommt, aber... Naja, gut. Jetzt gehen wir hier. Hier, äh, nein, das ist das hier. Ähm... Das kann auch hier rein. Die ganzen Waffenteile natürlich. Und ich höre sie schreien. Das gefällt mir nicht. Ähm... Wir machen noch ein paar Stickies. Ähm, wie viel... Wir dann haben wir hier. Okay. So. Gut, dann trinken wir mal das Bier. Mal sehen, was hier passiert. Ein lecker Bier. Ein Eisbass. Okay. Aber ihm geht's gut anscheinend. Naja. Wenn's ihm gut geht, bitteschön. Dann beende ich aber an dieser Stelle erstmal die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, haut rein. Ciao.